Wir müssten jetzt doch schon fast am Ende sein, denn das hier das hauptquatsch hier, der Blutwings ist. Na komm. Diamonds überall. Schöne Diamonds. Die sind bestimmt gar nichts wert, wenn es so viele gibt. Bedenkt außerdem, dass ich über 20 biegsame Knochen verfüge und mir 68 Animationen eine schier unbegrenzte Beweglichkeit verleihen. Sei es bei der Arbeit oder im Juni. Aua. Alter, wer hat denn hier gefurzt? Ich weiß nicht. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir haben ja wieder ein Ball, wir müssen... Ach du Scheiße. Ach ey. Okay. Aha. Was? Wollte schon sagen, das wäre echt nichts gewesen. Okay, den lassen wir mal gehen. Viel wichtiger ist, dass wir das Ding hier heil an den Platz bringen. Wollte. Wollte schon mal gehen. Wenn wir mal fimmten. Nein, ich werde es ihn liegen lassen. Aua. Ich mach das heute, die Güte mal raus. Oh, muss ich jetzt gegenschießen? Achso, ah, nee, die darf ich nicht, oder wie? Ah, geil. Hallo. Ist noch leicht. Okay, dann muss ich wieder nach vorne anfangen. Wollte bloß mal gucken. Das geht doch ganz gut. Wird das schneller? Das wird schneller. Die Kacke wird schneller, ich glaub's ja. Denkst du, kannst du mich aufhalten? Balvinga. Biatsch. Das war's, ja. Super. Da geht's. Oh, schon wieder geschafft, super. Ui, 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 ui. Oha. Jetzt weiß ich auch, wie Susi den kalten Ort genommen haben, damit sich das Ding wahrscheinlich immer wieder abkühlt. Ah, so sieht's aus. Eieieiei. Aufgrund der großen Sensibilität dieses Gottes, bitten wir Sie, in seiner Gegenwart nicht zu trinken, oder die Innentemperatur zu messen. Wollen wir jetzt hier lang? Oh, da gibt's eine blaue Kiste. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Okay, das ist schlecht. Mach mal vor, die können wir uns da doch noch erhalten. Super. Das ging mega maßen. Man hätt's natürlich besser machen können. Ui, 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 ui. Super! 440 bei der Combo. Ufffaa. Ob danach auch noch eine Welt kommt? Haye. Haye. Man muss sich immer mehr konzentrieren, Aua, 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 genau das meine ich, aber sonst kackt man an. Ich werde erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, na klar, schöne Diamonds. Yeah. Jetzt kann man hoch. Äh, äh, geh weg, geh weg, geh weg. Dann warten wir. Aua. 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 Oh, Mann, ich krieg immer den Hut-Lubo und dann, äh, die Lume, den roten. Aber kaum danach werd ich wieder heute irgend so'n Fuzzi angedrückt. Das ist nicht cool. Was passiert als gar nix? Okay, da kommt keiner. Aber da war jemand. Ich hab wieder jemanden schreien gehört. Das ist ja hier irgendwo. Hilfe! Ich hör doch jemanden schreien, Mann. Das kotzt mich grad wieder an. Ah, okay. Hilfe! Chill mal! Ich hab' da mal. Hier ist er nicht. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Scheiße, Mann, ich will dich jetzt finden, Mann. Wo bist du? Wo ist der Fuzzi? Sorry, ich geh' nochmal nach unten. Das lässt mir hier grad überhaupt keine Ruhe. Ich komm mich auch ein bisschen hier oben. Die Musik ist ja geil. Aber das hab' ich auch schon ein paar Mal gesagt. Äh. Nein. Oh, scheiße. Hallo? Okay. Vielleicht ist er weiter oben. Mach doch mal das Ganze. Tut mir leid. Oh. Das war knapp. Öh. Scheiße. Oh. 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 Cool. Cool. Wusste ich. Auf mich. Oh. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Dün, dün. Dün, dün. Dün, dün. Na gut. Der wird doch wahrscheinlich weiter oben sein. Aua. Okay, die gehen dann in die Lava. Das heißt, wir müssen nach oben. Na, komm. Gleich geschafft. Au. Au. Ein bisschen heißes Wasser. Au. Au. Scheiße, Mann. Das ist ja schwer. Wieso wird das viel schwerer? Ich versteh das nicht. Ach, da hinten. What the fuck? Was macht der denn da hinten? Nummer 6. Oh, der wird ja voll ist. Los, und meine Socken abholen. Ich hab sie verliehen. Ach, ihr echt? Macht die sowas. Okay, man kann dann hier wieder zurücklaufen. Ah. Kacke. Oh, der geht nicht kacke. Alles cool. Ich hoffe, das war jetzt der, den wir gesucht haben. So, wo müssen wir denn lang? Mach er je. Der Tower meldet es. Das letzte ist im Begriff, ist auf der Spitze des Zungs zu lassen. Boah, ich geh jetzt nicht extra nach unten um die Diamanten zu holen. Darauf hab ich jetzt überhaupt keinen Bock. Sorry. Bin sowieso schon schlecht genug und sowas. Aieieieiei. 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 Aieieieie. Aieieieie. Aieieieieie. Aieieiei. Aieieieieieie. Aieieieieie. Aieieieinig. Aieieieieieiie. Aieieieieie- There are are are... Aber wie das war? A tirar die Tür raus. Aarul. Aber man will... Iyaarul. And they are... Aua, was war das denn jetzt? Das war doch jetzt unmöglich, oder? Der ist viel, viel schneller, das ist unfair. Ach, und da ist noch einer, der hat wahrscheinlich auch so geschrien. Nummer 1. Okay. Super. Okay, der hat den Lüro für los. Ich hab schon gedacht, wie soll ich das denn jetzt schaffen, oder? Keinen Anzug. Jetzt geht's auf die Fresse. Okay.